Hi Leute, hier sind 14, grüß euch. So, ja, ich bin jetzt auch irgendwie auf den Geschmack gekommen, mich mit OBS zu beschäftigen. Auch mal ein bisschen Zockvideos hochzuladen und ich fange jetzt einfach mal an mit CSGO. Das ist mal gerade bei Cobblestone, also ist so eine Burg ist das. Und ja, lasst mich einfach mal, ich werde weiter schossen, muss erst mal ein bisschen zurecht hin mit Labern und das. Das ist ein bisschen schwieriger halt. Ja, mal sehen, ob ich hier was reißen kann, bei allen den ganzen Krecks, die hier drin sind. Schon wieder erschossen. So ist das leider. So, mal gucken, wo nehme ich dann ein bisschen die? Ja, und lasst einfach mal einen Kommentar da, ob ihr das überhaupt sehen wollt, was ich hier für ein Blödschen fabriziere. Ich spiele das Spiel jetzt seit einem halben Jahr oder so. Meistens online, bei einem Hardwarekollegen. Auf dem Server, hat halt einen Server gebaut, also Darkies Hardware-Wild. Könnt ihr mal reingucken. Den seht ihr auch mal wieder oben vorne. Da habe ich nämlich auch eine Verlinkung, oder was das heißt. In dem Menü da halt. Ja, mal gucken, was ich hier für ein Blödschen fabriziere. Ich mache jetzt einfach mal ein Video im Okus. Mal sehen, ob ich hier was reißen kann. Ich mache jetzt noch ein bisschen. Schau, schau, schau. Da ein Kollege. Ach, da komme ich nicht so aus. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ich hoffe, ich spreche noch laut genug. Ich habe jetzt auch das Headset, was ich jetzt beim letzten Video vorgestellt hatte. Sagt mir einfach mal, ob das mit der Kameraperspektive okay ist. Helligkeit, denke ich mal, ist auch relativ. Dann muss ich halt mal Licht anmachen. Da ist einer. Ich mag die Waffe. Da schießt er wirklich nicht. Ist er bescheuert, oder was? Das war ein Kollege und da schießt er noch nicht. Da habe ich gelobt. Naja. Ich werde mir mit einem sehr langen Namen. Keine Ahnung. Kollege, komm her. Komm her und von hinten. Eben von hinten. Ah, wo bist du denn? Da war er. Ach, schick. Da kann ich mich nicht mehr sehen. Da fällt er mich, ich schoss er ihn. Er hat mich erschießt. Ah. Ich bin der Wolf. Okay. Wo soll der denn? Ich weiß, keine Chance hier. Ich glaube, das sind alles Kregs. Ich schlafe bestimmt alle in dem Spiel. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ich muss ja echt mal froh sein, wenn er mal einen Trist von denen. Na, wo ist er? Scheiße. Weil es ist noch ein bisschen mehr Konzentration bei dem Spiel nötig, oder bei überhaupt an Spielen. Der ist dann zwischendurch noch ein bisschen zu labern, quatschen. Das ist dann auch eine Umstellung für mich. Ja, ich will nicht. Na, komm schon. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. F1, ja, bitte. Rubi ist geil. Nicht genug Akusten. Na ja, Pech. Ah. Fuck. Die sind alle besser. Gehnt sich besser. Wenn man auch im Server spielt, beim Daki ist das halt alles ein bisschen entspannter. Aber wenn er nicht so ganz so tolle Effekte hat. Ich habe eine schöne Position gerade gehabt. Das muss ich natürlich jetzt ausnutzen, ne? Oh Mann. Also egal, ich habe schon Zeit. Scheitle. Scheitle. Ah, Fuck. Mann. Peace, ne. hab ich mir dafür bemerkt. Vor einem Ohren-Katon. Aber... Und dann gehörst du die Kollegen auch alle nicht kommen. Und dann gehörst du vielleicht noch alle nicht kommen? Oh shit. Shit. Ist das so schön sein können? Ah, das war schon ein Ruhm. Ah komm. Shit. Ich muss hier abbrechen, weil ich jetzt wieder irgendwie eine Musik laufen lassen Das ist doch Robi dabei Robi ist ziemlich weitläufig Also die Map meine ich spreche jetzt von der Map Wir müssen davon erwaffen, ich glaube die gleiche wie eben Also ich teste das jetzt einfach mal mit CSGO zum Anfang Nur ob ich damit zurechtkomme und ob ihr überhaupt Bock darauf habt Wie gesagt, lass mal einen Kommentar da Wie laufen sie denn? Du sagst hier Robi, die Map ist ziemlich weitläufig Peacemaker Peacemaker Die Seelen zu spät Na, hat einer auf mich geschießen Ah, Seelen nicht Scheiße Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr nervös wäre, dann tut ihr die Tasche schnöpfen Ob ihr sie denn? Komm her Ja, schon eine Wacke Ich dachte, schon eine Wacke Also weg Okay Ich rüber Ich f erroche Ich verkaufe Aber ich darf es ebenso ein bisschen Ah, wo kommt der jetzt her? Hä? Der ist bestimmt dran groben, was? Der Sniperfuzzi. Am Straßball geht der auch. Scheiße. Ich höre immer Schritte dabei, mich jetzt selber. Egal. Oh, sind die schnell, ey. Vorsteh. Wie gesagt, um den Server zu zocken, ist ein bisschen entspannter. Oh, Mann, ey. Aber das ist leider zur Zeit nicht online. Oh, ich habe einen erschossen. Wahnsinn. Ich glaube, ich bin am Schlafen. Kollege. Nachts gegen Bot. Also tagsüber ist ja viel mehr los. Nachts, da hat man dann mehr Chancen. Oh, Gott, egal. Mich lieb. Oh, Gott. Ja, mal sehen, ob die Ausnahme oder was wirkt, ne? Ich muss erst ein bisschen fummeln, bis das funktionieren kann. Da war noch einer. Dann schießen wir doch nicht. Kollege schießen doch nicht. Naja. Das ist immer so schreckhaft beim Spiel, finde ich. Scheiße. Ich hätte mich nicht mit dem einen beschäftigen können. Kacke. Das war ein Nutzer-Kollegen. Böde Pude. Also alle müssen die mehr Partei. Oh, Mann, ich komme rum. Um die Ecke. Ich bin schon ein bisschen tot. Ich weiß nicht, wie die das machen. Vielleicht liegt es ja in meinem Prozessor. Kann ich mir nicht vorstellen. Wollen Sie sich jetzt fragen, was hat er denn für ein Prozess? Ich habe einen Reisenbruch. Da ist ein Paar doch oben, Mensch. Ein Reisen 2600X ist das. Nicht übertaktet. Den laufe ich einfach mit Position Boots Overdrive. Also diese automatische Taktfunktion. Die Übertaktungsfunktion von dem Board. Ich habe einen X470 drin. Ich habe mich nicht erschossen, aber leider. Oh Mann, er ist nicht so gut. 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 Rums Willis. Der spielt auch mit. Auch geil. Der spielt auch mit. Entfernen? Er ist nicht so gut. Er ist bei uns, Mann. Weil ich weiß, Mann. Das ist ein Schuss. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Ruhe und Frieden. Ruhe und Frieden. Ruhe und Frieden. Also, ich spreche von mir. Ich hoffe, dass der Gamesong jetzt funktioniert. Ich meine, wenn es eh zu spät, dann wird er die natürlich niemand sehen. Und sagen, das ist dann einfach ein Problem. Irgendwas stimmt. 100 Millionen Einstellungen, die man da bei OBS machen kann. Na komm raus. Was ist das? Na? Sind wir erst erschossen oder nicht? Keine Ahnung. Weiter zum nächsten. Was ist das denn? You're on it. Was ist das? Oh ja, die lebe. Oh ja, die lebe. Oh ja, die lebe. Die nebe, sie gleich vorbei. Oh ja, die lebe. Ich muss mich nicht mehr sehen. Ich muss mich nicht mehr sehen. Ich zeige, dass ich nicht mehr schriebe. Ah, fuck! Ich habe eine falsche Tasse, ich habe eine falsche Tasse. Ich habe eine Mauer. Ich bin ein Idiot. Sache. Wenn ich jetzt schreisse, ich bin ein bisschen heksisch. Auf Wiedersehen. aus. Ich habe eine Schreie gemacht. Ach so, was ich nicht? Ich habe eine Schreie gemacht. Ach so, was ich nicht? Ich habe eine Schreie gemacht. Ich habe eine Schreie gemacht. Ah, ich dachte nicht, ich krieg zum Bulls auch noch, aber das war leider nichts. Ich weiß nicht, was ich jetzt soll. Darf man das? Ich denke mal. Viertwegel bin ich. Ich beende jetzt mal. Wie gesagt, wenn das was ist für euch, was ich zocke, der Blödsinn, ich bin kein Nerd, was das betrifft. Also ich mach jetzt kein super, super, super Weltzocker, aber naja, ich hatte halt Lust dazu. Und wie gesagt, lasst ein Kommentar da, ob das euch gefällt und natürlich auch ein Abo. Wär geil. Und ein Like. Okay, Leute. Dann bin ich wieder hoch auf eurem Sehnklässiger. Tschau, tschau.